Hallo Leute, es war der Beitrag vor dem Tee, Tee, Tee. Heute mit dabei sind Wuergi, O-O, Deville, O-O, Mr. Rahui54, Kartoffelhainz, G-Gix, Vrigo, Karol, Starr, Arschgaul, Dailo. Und ich sage euch guten Tag, Wuergi. Einen französlichen guten Tag, sei Ihnen gewünscht. Ich bin Fabian. Das sieht cool aus. Ja, ich weiß nicht, seit wann da das Bild hängt. Ich hätte es schon seit immer, aber es fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Ich fände es gerade zum ersten Mal auf, weil ich war richtig verwirrt, wenn er sein Bild hingelegt hat. Das wollte ich. So, ist ja auch ein bisschen dämlich. Ist das okay? Ähm. So, ich leg jetzt hier meine Kristalle hin. Warte mal. Ich bin Pirat. Möchte jemand meinen, was wir ankommen? Ich hätte ihn gerne, aber die meinten, nichts zu fliegen bei mir. Ja, schön, unsere Kristalle bilden hier so. Ach, ich nehme gerne. Du nimmst sie gerne, und dann da. Falls Carol T. ist, bitte mein Kristall nicht zerstören. Da steht oben da auf der Brücke drauf. Warte mal, dann muss ich mein Kristall aber hinstellen. Das wäre auch untergefallen. Ich kann genau sagen, welche meine ist. Das ist meine. So. Josh, soll ich dir auch was zeigen? Josh, guck mal. Ich bin schwöft. Das ist meine. Das hätte ich gerne richtig gehabt. Josh, hier. Das ist meine. Das ist deine. Okay. Die stehen hier sehr, sehr schön afk rum. Das sieht besser aus. Ich wette, alle drei sind Traitor. Alle drei sind Traitor? Alle drei, wie sie da. Da sie es. Wird es. Warte mal. Warum ist Magnus schon tot? Er ist untergefallen am Rundenanfang. Er so klappt nicht und ich hatte nur den Aufpreis. Ich habe keine Ahnung, wie zählt man noch mal den Kristall rein? Das ist belastend. Warte, ich bring die mal auseinander. Warte mal kurz. Ach, jacke. Warte mal. Mach die kaputt. Ich mach die mal kaputt hier. Oh nein. Ich mach's kaputt. Was ist denn hier passiert? Hier stehen ja Leute. Du brauchst einen anderen da. Ja, die sind afk. Wurde doch vorhin am Anfang der Runde gesagt, die afkler nicht töten. Ja, ja. Das sieht schön aus, wie die hier alle in der Reihe standen bis eben. Ja, sag ich doch. Das sah richtig geschippt aus. Frigo eimt auf mich. Ich eim auf Virgi. Ich eimt auf mich. Auf Virgi. Mein Crystal wurde destroyed. Warte, ich weiß, wo er war. Nein, mein Crystal. Wer war da oben? Wo oben? Da oben, oben. Da, wo die Rocks runterfallen. Was war Roxana? Wo die Rocks runterfallen. Ich dachte gerade, du wärst tot, aber du bist ja Dinge. Wie auch immer hier ist. Die Rocks fallen runter! Die was? Carol ist da! Was? Die hab ich gerockt! Die Rockstar? Rock'n'Bly, Baby! Bitte. Alter, ich verstehe. Nix. Frigo. Oh nein. Anna ist bei. Ja, ich hab immer Carol getötet. Da nicht ein Vertrag. Wo liegt der Vertrag? Warte. Wo liegt der Vertrag? Weiß man nicht? Er hat er nicht, er hat er nicht. Hörst du mal hinter dir! Da liegt wieder ein Vertrag. Warte, du bist ein Vertrag. Du bist ein Vertrag. Vertrag, Vertrag, Vertrag. Ja, was willst du? Ah, bin wieder Eno. Du verfolgst mich. Du verfolgst mich. So. Nein, ich verfolg dich nicht. Ich such dir Vertrag. Nein, du verfolgst mich. Vertrag ist schon unter Personen gekommen. Ach, ficken. Nein, danke. Oh, Anna war, Anna war, äh, Dings. Äh, Mijek. Wahrscheinlich. Ja, mein Christall kann nicht mehr aufgefüttert werden. Das ist, ah, okay, die Meiden sind noch nicht aus der Klingeltausend raus. Warte noch nicht. Ich darf jetzt nicht mehr schießen. Das ist ja belastend. Oh, Mijek. Oh, Mijek. Oh, Mijek. M, M. M. Ah, es war... M. Überhaupt nicht Arschgeul, bestimmt nicht. Ne, 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 ne. Mijek, schieß auf ihn. Da liegt ein Vertrag. Warte, 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 warte. Kann man den einsammeln? Kann man den einsammeln? Der Vertrag auf und tötet mich nicht, okay? Das ist nett, dankeschön. Ich bin wieder in die neue Team. Ich nehme den Vertrag. Also, du sollst den Vertrag aufnehmen. Was ist denn jetzt? Ja, du, oder? Ja, Vertrag ist doch schon aufgehoben worden. Ich habe mal wieder das Team gewechselt. Ja, dafür tötet ihr mich nicht. Ja, das ist schwierig. Das sind nur noch die Afkala und wir. Ja, dann tötet die Afkala. Ich tötet mich selbst, okay? Okay, ja, warum nicht? Viel? Dann warten wir. Chirix ist da. Wir können auf Chirix schießen. Drei. Drei. Ich bin zu mal wenn es. Ich bin zu mal wenn es. Zwei. Eins. Schieß auf sie. So. Wie sieht es mit Chiri aus? Noch nicht da. Noch nicht da. Ich versuche, ein Diegelschuss. Aber wirklich lebt noch. Nein, warte, warte. Darf ich einmal versuchen, ein Diegelschuss auf dich? Aber nicht auf mich. Ich habe damit nichts zu tun. Ein Diegelschuss auf dich geben. Auf mich? Nee, nee, nee. Nee, auf den Dingens. Ja, auf den, auf den, auf den, auf den Pferd. Ich muss aber aufpassen, da kommt, gerade. Ach, Ach, Dingens, wofür du da? Leid mal stehen. Nein. Alter, ja. Leid mal stehen. Okay. Verkackt. Huiiii. War sie wirklich Jackal? Nein. Ja. Hui. Yeah. Okay. So, nie schießen. Es war mir leid. Du bist drückt. Lass dir doch eine Waffe übrig. Ja, warte. Hier. Nein. Oh Gott, der hat er schon können. Ah. Oh Scheiß, ich habe keine Munition mehr. Hier, Schiri, nimm die Waffe. Das war belastend. Nee, ich durfte nicht nochmal das Team wechseln. Die Wanderbüro. Noja, Schlo hast aber heute sehr oft die Seiten gewechselt. Ey, ich habe gewonnen. Also, das soll ich mich beschweren. So. Wusstet ihr, dass auf dieser Map die Musik nur auf einem Ort zu hören ist? Ja, leider. Ich höre die Musik gar nicht. Jetzt gerade ist hier raus, oder vielleicht geht es wieder los. Lies sie mal auf dem linken, glaube ich. Äh, links. Ja, kann ich sagen. Linkes. Linkes. Oh, einen Moment los. Linkes. Okay, Allah. Also, da summt's in der einen Folge, dann bimmelt's in der anderen. Ich weiß nicht, welches. Okay. Cheatlings, halt mal stehen. Cheatlings. Danke. Herz, weiter. Danke fürs Einsprien. Danke fürs Einsprien. Schwimmen auf dem See. Ich hasse das, dass dieses Telefon zwei, äh, die Station hat zwei Telefone. Ich habe aufgelegt und das Teil düdelt einfach ewig sich weiter. Das ist so. Die Dödel-Folge. Oh. Einfach kurz drangehen und dem blöden Vertreter wieder sagen, dass er sich völlig abziehen soll. Warum nennt Daniel denn die Folge Dödel-Folge? Das darf ich ja nicht richtig. Mach doch sowas nicht. Mann. Josh. Du Dödel. Und dann wäre es Dödel-Folge. Die Dödel-Folge. Nein, er hat eindeutig Dödel-Folge gesagt. Ja. Au. Was war das denn? Genau so eine Affinität zwischen... ...Jongs wie, äh, Frigöl. Die geht da nicht so unter D-Jicks. Das habe ich auch schon versucht. Stong. Was ist das denn hier für eine Party? Ja, komm, schieß. Ich hätte gerne nicht... Oh, Belone! Hier. Belone! Das ist da passiert. Hilfe! Hilfe! Ich hab mich... Warum liegt da eine Belone? Das ist eine Belone. Ja! Traitor, mach die Treppe auf! Traitor, mach die Treppe auf! Traitor, mach die Treppe auf! Schnell! Treppe auf! Mach die Treppe kaputt! Mach die Treppe kaputt! Da ist keine Belone mehr! Welche Treppe? Mach die Treppe kaputt! Die ist kaputt! Ja, das war mein Problem gerade. Ja, du bist da unten drin und stirbst jetzt wahrscheinlich. Weißt du, wenn die Falle ausgelöst hat? Nein! Du selbst! Ja. Es ist so eine typische Frigo-Aktion. Melone! Banane! Banane! Ich hab keine Ahnung, was sie getötet hat! Banane! Banane! Niemals ist sowas eine Verwirrung vorgekommen. Das war super. Ich hab nicht gesehen, wer es war. Ich hab nur gesehen, dass es woher jemand war. Ich bin mir auch nicht ziemlich sicher, aber ich hätte gesagt, sehr deutsch. Sehr, sehr deutscher Name. Sehr deutscher Name, Anna. Kartoffel! Also Schiri tötig heute. Kartoffel! Entschuldigung. Sehr, sehr deutscher Name, also Kartoffel. Ja, das sehe ich genauso. Kartoffel? Ihr habt Fantasie. Meine Güte. Vielleicht habt ihr auch recht, aber das ist eine andere Sache. Das ist Magnus. Das ist Magnus. Schiri, da geht's nicht runter. Ja, ich hab's gesehen. Wuhu! Hat Frigo gerade schon versucht. Geht nicht mehr. Aua. Oh, Arschgaule. Hier ist Kombo! Hier ist Kombo! Hier ist Kombo! Hier ist Kombo! Aua. Aua. Er sagt jetzt. Ich bin jetzt extra deswegen runtergegangen. Was ist los? Wilkie, sag mal, was bist du für eine Rolle? Ich bin toll. Okay. Dann. Hat sie gerade gesagt, ich bin toll? Ja. Eine Rolle, die es nur einmal gibt. Hallo Anna. Bist du dir da sicher? Hallo. Also, ja, ich bin mir sehr sicher. Ich bin toll. Wenn du gerade Leichen hinterherläufst. Ja, sowieso. Ja, das wäre ja auch nur eine Rolle. Aber nein, ich bin eine andere Rolle. Ist überhaupt schon der Tod aus der Delo? Warte mal. War Kartoffel nicht böse? Was? Was? Schiri? Böse? Wo ist die Melone hin? Ja, Kartoffel ist böse. Oh, der wurde gerade immer weggessen. Da ist immer tot. Also, zwischen der Kartoffel und Anna wird entschieden, wer der deutschere Name ist. Punkte! Äh, Anna. Punkte! Nun. Ganz eindeutig. Ah, genial! Ja, schaffst du gerade von oben runter geschossen? Die Jigs ist kein deutscher Name. Ja, auf die Kartoffel! Nein! Scheiße Mann. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Schiri, mach du erst mal. Da, da misch ich mich nicht ein. Die hat gerade auf mich schießen. Ihr Patronus ist eine Kartoffel. Okay. Wo sind eins, zwei, drei, vier... Oh, nein, das ist mies! Du heilst dich dabei! Ey! Aber es geht? Alle merken es. Ich wusste nicht, dass es geht. Hallo, Jigs. Hallo. Ja, ich bin runtergefallen. Das geht! Ich brauche Heilung! Von mir selber. Was geht das los? Ich habe jetzt... Lauf gegen die Wand! Wo bist du denn jetzt hin? Bleib doch bitte bei mir in der Nähe! Ich brauche eine Leiche! Ich brauche eine freundliche Leiche! Da ist eine Leiche! Okay, ich bin in der Leiche! Äh... Oh, nice! Noch was im Shop! Carol! Wenn sie auch mal... Die beiden lachen! Nein! Oh Gott! Nein! Hilfe! Ich bin tot! Das ist richtig! Ich kann nicht nachladen! Ja, ich muss auch einmal ganz kurz nachladen! Ich habe, by the way... Wer ist eigentlich böse von euch? Drei ab! Carol! Okay! Dann... Ähm... Nein, ich habe nicht gerade auf Magnus geschossen! Nein, nein! Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen! Lass mich durch die Tiefe gehen! Frech... Ich erinnere mich daran, nie wieder die Treppe zu zünden! Ich will es nicht... Ich wollte es so aussehen lassen, als wäre es so ein üblich übler Unfall auf dich! Der Anschlag! Du bist sowieso ein Unfall! Ich wollte dich die Treppe zünden! Zünd die Treppe! Hörge! Dafür stirbst du! Ich werde dich finden und ausweilen! Wie romantisch! Warte, wie war es gestern nochmal? Ich will dich schälen oder so? Was? Ah ne! Vergesst du es? Also ich weiß von gestern noch von etwas anderem von dir, aber... Ja! Wir wollten wirklich nicht spoilern! Eben! Sagt es der Typ, der Spoiler hat! Ähm... Magnus! Ja bitte? Hilfst du mir? Wie kann ich... Wie soll ich dir denn helfen? Ich habe Angst vor Frigo! Das kann ich nachvollziehen! Da habe ich auch Angst vor! Hördest du mich vor? Ja, davor hat jeder glaube ich Angst, oder? Das weiß ich nicht, ob ich das hinbekomme! Aber ich kann... Ich... Ah! Ich glaube, ich muss etwas Schlupfapier an dem Brunnen auslassen! Ich kann mich verschwinden! Hallo! Guck mich nicht so an! Dann bin ich wieder da! Ich schaue nun vermutlich um! Ah! Also ich meine, hier ist eine fette Kloschüssel, also dieser Brunnen, und da könnte vielleicht ein Poppapier sein! Frigo, deine Familie! Hier! Okay, jetzt weiß ich mir, wo ich schaue, aber... Ah! Hier sind Turtles! Alles da! Wo ist sie? Wo sind Turtles? Hier! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, Chaos! Ne! Das probiere ich gar nicht erst! So! Karol! Hallöchen! Ja, ich habe gerade das Chaos abgewartet! Ähm! Da würde ich weggehen! Ich auch! Das war jetzt auch nicht schlecht! Ich habe Angst vor dir, Josh! Au! Von mir?! Weil ich schießen könnte?! Weil ich schießen könnte?! Weil ich schießen könnte?! Ja! Ich bin nur wo runtergefallen! Das ist äh... Ich wurde eingeschossen! Ich werde eingeschossen! Birgi schießt! Frigo schießt! Ich kann sich geschossen! Hallo, Josh! Äh, nein! Ich werde eingeschossen! Hey! Ich bin Joshi! Hallo, Dennis! Ja! Ich bin Joshi! Oh nö! Das ist nicht die richtige Waffe für Schildkröten! Bitte was? Welche Waffe benutzt du? Nix durch! Ein Scharfschutzgewehr! Aber gegen Schildkröten bringt das... Ah ja! Gegen Schildkröten hilft das, ja! Nee, eben nicht! Ja! Hallo, da! Hallo! So! Herzlich willkommen bei McPummels! Ihre Verstellung... Ich... Ich war... Nein! Ihre Verstellung bitte! Ruhig! 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 Ich hätte jetzt sonst einen... McChicken Classic bestellt... Als Mini, aber... Bei mir gibt's zum Backficken! Ruhig! 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 Meine! Ruhig! Hast du was zu sagen, Virgi? Ich scheine nicht so gut drin zu sein wie du. Du musst hier hinter. Das funktioniert dann. Wo sei ich denn die ganze Zeit? Es kann doch nicht wahr sein. Nimm den Vertrag. Ich habe jetzt hier nirgends zugehört. Was ist jetzt passiert? Man darf ihn nicht nehmen. Ich habe einen Bloody Knife. Ich durfte ihn nicht nehmen. Was? The Add on Star Wars The Force is creating errors? Ich habe den Spy getötet. Oh, Schildkröte auf dem Treppel. Spy? Ja. Ah, du Scheiße. Warte, warte, warte. Au! Sollte tot sein. Yoshi! Yoshi ist, Yoshi ist, Yoshi ist. Kai, du tust mir nix. Ein netter, toller Mann. Guck mal, ich habe euch geholfen. Yoshi ist ein netter, toller Mann. Ich habe dir den Spy getötet. Der so viel kann. Nee, sicher. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich halte mich da raus. Ich habe nichts mit dem Spy zu tun. Oh, raus, oh, raus. Ich habe das Gefühl. Ich habe nichts zu tun mit dem. Ich habe nichts zu tun mit dem. Nein, ich bin kein Treter. Ich bin auch kein Treter. Ja, aber ich bin, glaube ich, der letzte Innocent hier. Ich bin, ich bin... Nein. Oh, noch Mischelkröten. Au! Ich bin's nicht! Ich habe den Shotgun! Achso, ja, dann ist es los. Ja, lass sie. Ich bin's nicht. Ich schieße gerade nicht. Jetzt schieße ich. Aua! Das war ich. Tut mir leid, Anna. Das war nicht mit Absicht. Wirki ist wieder am Leben. Wirki ist am Leben. La, 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 la. Wirki ist tot. Na, auch. Also... Wirki, ich gebe zu, ich habe mich verrächtlich verhalten. Ja, du hast sogar auf mich geschossen. Ja, ja, habe ich auch. Also, ganz ehrlich, du hast noch einen bloody Knife in meiner Hand? Ich habe... Ich wollte dich nur anschauen, okay? Ich wollte mich nur unverbindlich umschauen. Ich wollte dich nur anschauen. Genau. ich wollte mich doch nur verbindlich umschauen ich denke das muss ich neidvoll anerkennen nein waffeln punkt 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 oder käse nachschauß ich habe schon nein waffeln punkt 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 oder käse nachschauß war in der konstellation gerade etwas unglücklich mattemann mattemann hat von mir zu vergeben ok google die besten songs von mattemann ok was ist denn n ich spiele die fd 1 mal wie bitte was tnt was ist denn mal jemand endlich diesen verdammten rauchmelder hier wechseln ich halte mich da raus also want mattemann danke sehr freundlich da da ist das a jetzt wenn ich sehe nichts hilfe war ich nicht hässlich dazwischen so hässlich wie du bist nein will ich nicht ok shiri was macht ihr denn da i want was willst du daraus machen tu dein i i want m jetzt sind hier schon wieder schildgründen und ich hab schon wieder nur ein scharfschützengewehr das gibts doch nicht ähm was soll das werden i want me wieso stehen jetzt so viele leute i want me du möchtest dich selbst du willst mit wenn du wenn du private zeit haben möchtest das kannst du gerne haben hey du kannst so viel private zeit quality time nennt man das wurde mir mal gesagt nein was tust du bibidibu bibidibu ich bin ein zauberer ähm da liegt ein vertrag kannst du es doch mal langsamer sagen danke nein nicht bibidibibidibu bibidibabidibu bibidibabidibu buh ähm jetzt hast du grad shiri getötet nein hab ich nicht frigo hast du grad shiri getötet frigo ja du hast mich ja du hast mich ach nein mein vertrag liegt da ach verdammt ach verdammt ach neues team neues glück neue wahnsinnsfahrt ach ach nein anna warum shiri ich glaube du bist böse nein ich glaub du hast äh nein ich bin innocent sie wurde hinter mir erschossen ich hab sie aber nicht getötet ich muss sie in seiner töten ich hab sie nicht getötet dann gehen wir in frieden und denk nicht weiter drüber nach weil hier liegt noch ne leiche auch ich mein ich mein nur so ne ach das ist nur magnus tötet ich hab nicht nur gesagt junger mann unterstellen sie mir nicht diese ausdrücke also einer von euch muss das ende machen weil josh ist eh nur mit mir natürlich jetzt shiri matte matte hat das mit matte zu tun ich hab ne falsche waffe ähm als traitor hätte ich eher versucht auf eh Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Traur ich meinen Schokoladenpudding. Oh, der ist gut. Auf Wiederhören.